Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein. Sag, wer mag das Männlein sein? Das besteht im Wald allein mit dem Purpurrote Mäntelein. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein. Es hat auf seinem Haupe ein Käpplein klein. Sag, wer mag das Männlein sein? Das besteht im Wald allein mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Ja, sag, wer mag das Männlein sein? Das besteht im Wald allein. Das kann doch nur Purpurrote Mäntelein sein.